Oh hallöche meine lieben Freunde und willkommen zu einem, nee, zu der Gewinnspielauslösung aus dem Monat Juli. Das ist mein Kotzeimer und ihr wisst was da mal reinkommt, natürlich die, die halt an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und ich zeige euch noch mal um was es hier ging. Einmal um ein Gandalf, Staff, Pen und Bookmark. Also einmal um einen Stift und einmal um das Lesezeichen mit dem guten alten Gandalf drauf. Dann halt noch eine schöne Postkarte von Herr der Ringe. Weiß ich gar nicht, ist das Frodo da hinten oder ist das? Hm, weiß ich gar nicht. Ja, und dann gibt es noch eine DVD von der WWE produziert mit Edge und Jamie Kennedy. Genau, um diese drei Sachen ging es und es haben sieben Leute mitgemacht. Der erste ist Elias Hümmling. Ich muss die hier nochmal lesen. Und die ich mach nochmal klein. So, da hat mitgemacht. Metin Güngor, Gür. Und ich bin jetzt im Urlaub und wenn ihr mir jetzt schreibt, dann kann ich darauf leider nicht antworten. Jim 61871, aber da habt ihr ja bestimmt schon das Infovideo gesehen vom Urlaub. Und ja, Black TV 295. Und dann Zero Painter. Canifar, Baskaran, Baskaran und zu guter Letzt Björn Kramer. So, jetzt haben wir die sieben Leute da drin, im Toppe. Und wir mischen da mal ein bisschen rum. Und dann werden wir gleich mal den ersten ziehen, der einen nicht gewonnen hat. Okay, ich habe mal kurz auf die Kur geschaut. So, wie ziehen wir den ersten? Gewonnen hat nicht Jim 61871. Du hast leider nicht gewonnen. So, der Nächsten. Björn Kramer, du hast leider auch nicht gewonnen. So, der Nächste ist Canifar, Baskaran. Du hast leider auch nicht gewonnen. Methin Güngör, du hast leider auch nicht gewonnen. So, das ist nur einer. Follte ihn gerade wieder weglegen. Wieso sage ich eigentlich zu dem Namen Elias? Elias Samson? Nein. Elias Hymling. Du hast leider auch nicht gewonnen. So, jetzt haben wir noch zwei. Ja, zwei. Ich würde... Wir waren der andere. Also einmal Zero Painter und... Black TV, kann das sein? Black TV? Ich habe diesmal nichts. Schauen wir mal. Oh. Zero Painter, du hast leider nicht gewonnen. Und somit glaube ich, hat Black TV gewonnen, oder? Black TV 295. Ja, 295. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. diese drei Sachen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und alle anderen. Nicht traurig sein. Es gibt mal wieder was zu gewinnen. Gell? Und... Und... Ja, was musst du jetzt machen? Du musst mir jetzt einfach nur eine private YouTube Nachricht schicken, mit deiner Adresse, damit ich das dann dir schicken kann. Aber denk dran, ähm, ich bin jetzt ab nächste Woche nicht da. Ich bin im Urlaub. Ich komme erst am 14. wieder. Also, heißt das, du müsstest dann halt eine Woche erstmal warten. Bis du was... Oder noch ein bisschen länger. Weil wenn ich aus Urlaub komme, dann schicke ich dir das bestimmt nicht gleich. Das dauert immer ein bisschen bei mir. Obwohl ich bei der Post arbeite. Aber... Ist alles egal. Genau. Du schreibst mir. Mit deiner... Deiner Adresse. Und ich werde es dir dann in nächster Zeit checken. Eigentlich könnte ich... Eigentlich schicke ich es dir dann schon in einer anderen Woche, weil ich Urlaub habe. Aber... Schreiben kann ich dir leider jetzt nicht. So. Dann war es das von dem Gewinnspiel. Nächste Woche... Kommt ein neues Gewinnspiel. Also... Reinschauen. Und... Ja. Das war es. Habt noch einen schönen Abend. Oder... Einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao, ciao.